Die Rekruten sehen zu ihm hin. So etwas steckt rasch an. Wir müssen aufpassen. Schon fangen verschiedene Lippen an zu flattern. Gut ist, dass es Tag wird. Vielleicht erfolgt der Angriff vormittags. Das Feuer schwächt nicht ab. Es liegt auch hinter uns. Soweit man sehen kann, spritzen Dreck und Eisenfontänen. Ein sehr breiter Gürtel wird bestrichen. Der Angriff erfolgt nicht, aber die Einschläge dauern an. Wir werden langsam taub. Es spricht kaum noch jemand. Man kann sich auch nicht verstehen. Unser Graben ist fast fort. An vielen Stellen reicht er nur noch einen halben Meter hoch. Er ist durchbrochen von Löchern, Trichtern und Erdbergen. Direkt vor unserem Stollen platzt eine Granate. Sofort ist es dunkel. Wir sind zugeschüttet und müssen uns ausgraben. Nach einer Stunde ist der Eingang wieder frei und wir sind etwas gefasster, weil wir Arbeit hatten. Unser Kompanieführer klettert herein und berichtet, dass zwei Unterstände weg sind. Die Rekruten beruhigen sich, als sie ihn sehen. Er sagt, dass heute Abend versucht werden soll, Essen heranzubringen. Das klingt tröstlich. Keiner hat daran gedacht, außer Tjaden. Nun rückt etwas wieder von draußen näher. Wenn Essen geholt werden soll, kann es ja nicht so schlimm sein, denken die Rekruten. Wir stören sie nicht. Wir wissen, dass Essen ebenso wichtig wie Munition ist und nur deshalb herangeschafft werden muss. Aber es misslingt. Eine zweite Staffel geht los. Auch sie kehrt um. Schließlich ist Cut dabei und selbst er erscheint unverrichteter Sache wieder. Niemand kommt durch. Kein Hundeschwanz ist schmal genug für dieses Feuer. Wir ziehen unsere Schmachtriemen enger und kauen jeden Happen dreimal so lange. Doch es reicht trotzdem nicht aus. Wir haben verfluchten Kohldampf. Ich bewahre mir eine Kante auf. Das weiche esse ich heraus. Die Kante bleibt im Brotbeutel. Ab und zu knabbere ich mal daran. Diese Nacht ist unerträglich. Wir können nicht schlafen. Wir stieren vor uns hin und duseln. Tjaden bedauert, dass wir unsere angefressenen Brotstücke für die Ratten vergeudet haben. Wir hätten sie ruhig aufheben sollen. Jeder würde sie jetzt essen. Wasser fehlt uns auch, aber noch nicht so sehr. Gegen Morgen, als es noch dunkel ist, entsteht Aufregung. Durch den Angang stürzt ein Schwarm flüchtender Ratten und jagt die Wände hinauf. Die Taschenlampen beleuchten die Verwirrung. Alle schreien und fluchen und schlagen zu. Es ist der Ausbruch der Wut und der Verzweiflung vieler Stunden, der sich entlädt. Die Gesichter sind verzerrt, die Arme schlagen, die Tiere quietschen. Es fällt schwer, dass wir aufhören. Fast hätte einer den anderen angefallen. Der Ausbruch hat uns erschöpft. Wir liegen und warten wieder. Es ist ein Wunder, dass unser Unterstand noch keine Verluste hat. Er ist einer der wenigen tiefen Stollen, die es jetzt noch gibt. Ein Unteroffizier kriecht herein. Er hat ein Brot bei sich. Drei Leuten ist es doch geglückt, nachts durchzukommen und etwas Proviant zu holen. Sie haben erzählt, dass das Feuer in unverminderter Stärke bis zu den Artillerieständen liege. Es sei ein Rätsel, wo die drüben so viele Geschütze hernehmen. Wir müssen warten, warten. Mittags passiert das, womit ich schon rechnete. Einer der Rekruten hat einen Anfall. Ich habe ihn schon lange beobachtet, wie er ruhelos die Zähne bewegte und die Fäuste ballte und schloss. Diese gehetzten, herausspringenden Augen kennen wir zu Genüge. In den letzten Stunden ist er nur scheinbar stiller geworden. Er ist in sich zusammengesunken, wie ein morscher Baum. Jetzt steht er auf. Unaffällig kriecht er durch den Raum, verweilt einen Augenblick und rutscht dann dem Ausgang zu. Ich lege mich herum und frage, wo willst du hin? Nein. Ich bin gleich wieder da, sagt er und will an mir vorbei. Warte doch noch, das Feuer lässt schon nach. Er horcht auf und das Auge wird einen Moment klar. Dann hat es wieder den trüben Glanz, wie bei einem tollwütigen Hunde. Er schweigt und drängt mich fort. Eine Minute, Kamerad, rufe ich. Katz wird aufmerksam. Gerade als der Rekrut mich fortstößt, packt er zu und wir halten ihn fest. Sofort beginnt er zu toben. Lasst mich los! Lasst mich raus! Ich will hier raus! Er hört auf nichts und schlägt um sich. Der Mund ist nass und sprüht Worte, halb verschluckte, sinnlose Worte. Es ist ein Anfall von Unterstandsangst. Er hat das Gefühl, hier zu ersticken und kennt nur den einen Trieb, hinaus zu gelangen. Wenn man ihn laufen ließe, würde er ohne Deckung irgendwo hinrennen. Er ist nicht der Erste. Da er sehr wild ist und die Augen sich schon verdrehen, so hilft es nichts. Wir müssen ihn verprügeln, damit er vernünftig wird. Wir tun es schnell und erbarmungslos und erreichen, dass er vorläufig wieder ruhig sitzt. Die anderen sind bleich bei der Geschichte geworden. Hoffentlich schreckt es sie ab. Dieses Trommelfeuer ist zu viel für die armen Kerle. Sie sind vom Feldrekrutendepot gleich in einen Schlamassel geraten, der selbst einem alten Mann graue Haare machen könnte. Jetzt müssen wir sie über einen Schlamassel geraten. Vielen Dank.